Road to Tilt, Teil 5 Und immer wenn man die Augen kurz schloss und ohne nachzudenken öffnete, waren wir auch wieder weg. Und zurück dort, wo auch immer Tristan war. Zum Beispiel im alten Flughafen Tempelhof in Berlin. Während Tristan seinen nächsten großen Hit schrieb und ich Sit-Ups machte, hatten wir die eine Simultan-Vision. Und zwar, wie uns ein Wesen all die Klaviere für das Album einspielt. Lambert Ein Reh auf der Pirsch. Die rechte Augenhöhle eines Skelettschädels verkauft mir ein stilles Wasser. Frag mich, ob ich Musik mache. Kommt sich beobachtet vor. Volksbühne. Keiner findet sich schön. Papa war kein rollender Stein. Ich habe ein Ideal vor Augen. Das, umso ferner, desto näher ich ihm bin. Tilt ist der Versuch, übermenschlich zu sein. Ich will alle begeistern. Dass man aufschaut. Dass ich schwebe. Dass ich gehen kann. Tristan und Erdings schrauben mich hoch. Nur, wenn der Glaube irgendwann schwindet, ist oben unten. Der Rest ist ja klar. Das 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 ist ja klar.